7 Dinge, die Männer an Frauen wirklich lieben Männer verschweigen normalerweise nicht, was sie an Frauen lieben. Sexy Unterwäsche, BH-Größe und ihre Kochkünste sind die häufigsten Punkte. Aber die Dinge, die sie absolut lieben, sind oft verborgen. Glücklicherweise verraten uns Männer auf sozialen Medien, auf was sie sonst noch so abfahren und hier sind sieben andere Dinge, auf die viele Männer stehen. Eine Lady in der Öffentlichkeit und ein bisschen verrückt im Bett Das Gegenteil wäre völlig inakzeptabel. Eine Verrückte in der Öffentlichkeit und im Bett zu sein, wäre für Männer ein No-Go. Doch was sie wirklich gerne sehen, ist eine freundliche, höfliche und nette Lady in der Öffentlichkeit, aber eine, die wild und unberechenbar im Bett ist. Eine sanfte und zarte Stimme Noch verschlafen aufzustehen und die sanfte Stimme seiner Frau zu hören, ist besser als Frühstück im Bett. Zusammen mit einem verträumten Gute-Nacht entsteht so ein besonderes Gefühl von Intimität und Glück bei einem Mann. Eine Frau in hohen Absätzen Das heißt, wenn sie natürlich weiß, wie man darin geht. Niemand mag Lady Gaga-ähnliche High Heels sehen, in denen man nicht mal zwei Schritte richtig gehen kann. Wenn die Schuhe dich tragen, anstatt dass du sie trägst, dann lass sie einfach zu Hause. Doch wenn du weißt, wie du in hohen Absätzen gehst, fahren Männer darauf wirklich ab. Sie bezahlt ihre Getränke selbst Obwohl Männer sich männlicher und dominanter fühlen und vorschlagen werden, die Rechnung zu begleichen, werden die meisten von ihnen eine Frau bewundern, die ihre Brieftasche herausnimmt, wenn die Rechnung kommt. Stark und unabhängig Niemand mag Holzsusen, die keine Minute ohne ihren Freund lieben können. Das ist für die meisten Männer ein definitives Turn-off. Eine hübsche, selbstbewusste Frau mit einem Lächeln kann bei einem Mann nur einen guten Eindruck hinterlassen. Unkompliziert Männer lieben natürliche und zwanglose Eigenschaften von Frauen. Ob du es glaubst oder nicht, sie bemerken es nicht einmal, wenn du keine Wimperntusche, keinen Eyeliner oder keinen Rouge aufgetragen hast. Was sie bemerken werden, ist zu viel Make-up und das ist normalerweise keine gute Sache. Sie werden denken, dass du dich hinter einer Fassade versteckst. Falls du zu viel Angst hast, dass dein Freund dich verlassen wird, nachdem er dich ohne Make-up gesehen hat, tu dir selbst einen Gefallen und trenne dich von ihm. Sie interessiert sich für die Dinge, die er mag. Ob Hobby, Videospiel oder Sport, ein Mann wird es immer lieben, wenn sich seine Frau auch dafür interessiert. Du musst dich nicht mit Fußball beschäftigen oder League of Legends mit ihm spielen, sondern zeigen, dass du sein Interesse anerkennst und er wird dich in einem ganz anderen Licht ziehen. Und dann sehen, dass du dich nicht mit Fußball beschäftigen, Untertitelung des ZDF, 2020